Es ist schon zu erkennen, dass beide Mannschaften um Kontrolle bemüht sind und um Struktur. Nicht nur mit, sondern auch gegen den Ball. Jetzt könnte es zum ersten Mal richtig gefährlich werden mit Christos zu Jolis. Jolis gegen Fanderment. Was macht denn aus? Eins nach Nissenhofer, Felix Klaus. Die Kastgeber schlagen eiskalt zu. Und es ist genau die Spielidee, genau der Matchplan, vor dem Steffen Baumgart gewarnt hat. Es ist keine Abseitsposition. Jolis kann Tempo aufnehmen, kann den Ball kontrollieren, Pfanderment ist zu weit weg, verhindert die Hereingabe nicht, die minimal in den Rücken der Gegner der Schnapp, der gespielt ist. Und der Laufweg ist wunderbar getimt von Felix Klaus, der dann den Fuß hineinstellt und mit der Innenseite kurz abschließt. Auch wenn Matteo Rahn richtig stand, ist der nicht zu verhindern. Aus der kurzen Distanz. Saisontreffer Nummer 5 für Felix Klaus.